Erst Ende März kam es in Deutschland zur Veröffentlichung der hochbrisanten RKI-Files, die ein weiteres Mal deutlich machen, was ohnehin schon vermutet wurde. So geht hervor, dass hinter den verhängten Corona-Maßnahmen weitaus mehr politische Willkür als fachliche Expertise stand. Nun gibt es in Sachen Corona eine weitere Entwicklung auf deutschem Boden. Sören Pellmann, Co-Vorsitzender der Partei Die Linken, hat bereits Anfang April Strafanzeige gegen den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach eingebracht. Es besteht ein Verdacht von Untreue und Bestechlichkeit. Konkret geht es dabei um die Vergabe einer Werbekampagne für die Covid-Impfung, durch die ein finanzieller Schaden für die Steuerzahler entstanden sein soll. Bis Ende 2023 sollen 44,8 Millionen Euro Kosten entstanden sein, obwohl Karl Lauterbach im Oktober 2022 bei der Präsentation der Werbekampagne mit dem Namen Ich schütze mich noch von 32,7 Millionen gesprochen habe. Somit sei ein finanzieller Schaden für Steuerzahler entstanden. Das Vergaberecht sei trotz bestehender Verträge mit einer anderen Agentur ignoriert, Vorgänge nicht dokumentiert und der Vorgang unbegründet als Verschlusssache eingestuft worden, so die Inhalte der Strafanzeige des linken Politikers Sören Pellmann. Das zuständige Ministerium rund um Karl Lauterbach weist erwartungsgemäß bislang alle Vorwürfe von sich. Konkret geht es in diesem Zusammenhang um die Werbekampagne Ich schütze mich, die im Oktober 2022 von dem deutschen Gesundheitsminister Lauterbach vorgestellt wurde. Verschiedene Personen nennen darin ihre Gründe, warum sie sich mit einer Impfung schützen wollen. Karl Lauterbach sprach damals von ausgezeichneten Impfstoffen und 84 echten Personen, die ihr Schicksal erläutern würden. Wie sich später herausstellen sollte, waren unter den Darstellern auch bezahlte Schauspieler. Während in dieser Causa also von Bestechlichkeit, Untreue und einem finanziellen Schaden gesprochen wird, der nun sogar zu einer Anzeige geführt hat, wird wenig bis gar nicht über die Inhalte der Kampagne gesprochen bzw. strafrechtlich vorgegangen. So wurde in der Kampagne ein hundertprozentiger Schutz für sich selbst und andere angepriesen, der wie heute bekannt nie bestanden hat. Die Ausgaben für den Covid-Impfstoff haben sich bis Anfang 2023 auf 13,1 Milliarden Euro belaufen. Mittlerweile wird von einem Milliardenschaden berichtet. Alleine bis März 2023 mussten 83 Millionen Impfdosen aufgrund des Ablaufdatums vernichtet werden. Auch in Sachen Masken gibt es nach wie vor offene Rechnungen. Klagen von bis zu einer Milliarde Euro wurden von Maskenlieferanten eingebracht. In diesem Zusammenhang spricht jedoch niemand von einem Schaden, der für den Steuerzahler entstanden sein könnte. Hier wurde von den meisten Fraktionen auch fleißig mitgestimmt.